Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel der Quellenhof Stiftung Holz & Wert. Wenn du jetzt hier runtergehst, dann setzt du hier die Schrauben. Mein Name ist Rolf Schmid, ich bin Leiter der Schreinerei Holz & Wert der Quellenhof Stiftung in Winterthur. Die Quellenhof Stiftung hat Wohn- und Arbeitsplätze für sucht- und psychisch kranke Menschen. In unserer Schreinerei Holz & Wert bilden wir sechs Lehrlinge aus, die auf einem normalen Arbeitsmarkt kaum eine Chance haben, den Lehrstil zu finden. Wir haben unsere Lehrlinge eine schwierige Vergangenheit. Zum Teil Suchthintergrund, psychische Probleme oder körperliche Beiträchtigung. Und darum zahlt dann die IV eine Ausbildung bei uns in der Schreinerei Holz & Wert. Ich bin der Florian, ich bin im zweiten Lehrjahr und bin auch stolzer Vater von einem viermonatigen alten Kind. Ich bin hier in der Schreinerei, weil ich keine einfache Kinderheit hinter mir habe und weil ich keinen richtigen Schulabschluss gehabt habe. Unsere Aufgabe ist es, unsere Lehrlinge zu selbstständigen Schreiner auszubilden, sodass sie nachher ihren Lebenshalt bestellen können. Mein Ziel ist nach dieser Lehrzeit, selbstständig zu werden, um auch mein Kind und meine Freundin zu unterstützen und sie auf dem Weg zufrieden zu begleiten, ohne irgendwelche Probleme. Dank der Unterstützung von SwissLoss haben wir moderne Maschinen anschaffen. So können wir unseren Lehrlingen zeitgemässige Ausbildung anbieten. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von SwissLoss. Die Lottoziehungswaffe